Das ist eine neue Arbeit, eine Malerei. Die Geschichte von Jungfrau der Aparecida. Wir haben in der Zentrum dieser Malerei die Fischer hier. Und links die Alte Kirche des Aparecida Stadt. Und rechts wir haben die Neue Kirche, die Basílica in der Aparecida Stadt. Wir haben auch zwei Engel. Und im der Zentrum wir die neue Skulptur von der Bild von Aparecida. Wir haben hier eine andere Arbeit auch gemacht. Eine Kapelle des Tabenaken. Wir haben in der Zentrum Christus wie ein Pantokrato. Zwei Engel mit blauer Farbe. Und der Engel mit der Jungfrau. Mit des Heiligen. Und wir haben eine andere Ikone von der Kreuz mit Christus. Und der Jungfrau und Johannes hier. Wir haben diese Kapelle eine Einfluss von Byzantines Kunst. Mit der modernen Kunst ist. Vielen Dank von euch. Auf Wiedersehen. Und bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.